Es ist doch so, wir wollen miteinander sprechen, wollen wissen, wie es den anderen geht und was sie gerade machen. Wir wollen teilen, was uns wichtig ist, wollen uns verabreden, austauschen, unterhalten. Wir alle sind Nachtschwärmer, Tagträumer, Anpacker und Durchstarter. Wir skypen, chatten, twittern, gehen online shoppen und nutzen Online-Banking. Ganz selbstverständlich. Und das alles im Handumdrehen. Es gibt Dinge, die können einfach nicht warten. Wenn wir eine Frage haben, soll sie direkt beantwortet werden und nicht erst am nächsten Tag. Wir brauchen keine Grenzen, wir brauchen Freiheit. Das gilt auch im Dialog mit unseren Kunden. Wir geben Informationen zu Finanzfragen und halten unsere Kunden auf dem Laufenden. Wir wollen wissen, was sie bewegt, geben Tipps und helfen weiter. Hier sind die sozialen Netzwerke einfach nicht mehr wegzudenken. Deshalb sind wir jetzt auf Facebook. Damit wir einfach und bequem erreichbar sind, auch wenn wir uns mal nicht persönlich sehen können. Facebook ist Austausch und Unterhaltung, Lebenslust und Information, eben auch mit uns als Bank. Immer ansprechbar, immer da, weil wir die Bank an ihrer Seite sind. Auch auf Facebook.